Meine beiden Sprechpartner auf dieser Messe sind jetzt zum einen Horst Belz, er ist von der Volkspark Wittgenstein und Günter Schmidt, er ist Vertreter der Firma Rota Immobilien. Wir sind hier auf der Messe, bei der Sie beide als gemeinsame Veranstalter fungieren. Wie ist es zu dieser Zusammenarbeit erst mal gekommen? Wir als Volkspark Wittgenstein haben keine eigene Immobilienabteilung und da haben wir unseren Kooperationenpartner gefunden und da sind wir seit vielen Jahren mit der Firma Rota Immobilien zusammen und so kommt die Zusammenarbeit als regionale Anbieter hier in Wittgenstein, als Genossenschaftsbank und als Immobilienunternehmen. Gut, das betrifft jetzt zunächst mal Ihre gemeinsame Kooperation in geschäftlicher Basis. Sie bieten aber jetzt mit dieser Messe, die Sie zusammen veranstaltet haben, ein Schaufenster für die Region, für die enge Region Wittgenstein. Wie ist diese Idee denn entstanden? Vor sechs Jahren haben wir zusammen die erste Messe in Berdewoich im alten Güterschuppen durchgeführt. Vor drei Jahren waren wir im Berghaus in der Kultur- und Festhalte und haben damals gesagt, wenn das Ganze wachsen soll, müssen wir an die Mitte Wittgensteins gehen. Das ist hier der Fall. Wir sind hier in der Mitte Wittgensteins im Industriepark und einfach um alle Wittgensteiner Bürger hier hinzuholen, aber auch die Aussteller hier zusammenzuziehen. Wir bieten den Ausstellern hier eine Plattform, ihre wirtschaftliche Stärke präsentieren zu können. Man könnte sagen, es ist ein kleines Stück regionale Wirtschaftsförderung, zumindest punktuell zunächst mal. Genau so sehen wir es auch. Es ist ein Stück regionale Wirtschaftsförderung. Wir wollen zeigen, was in der Region drinnen steckt, was wir in Handel, Handwerk und Dienstleistungen anbieten können. Und die Resonanz, das sehen Sie selbst, ist also sehr, sehr gut. Und der Besucherantrag, der gibt uns eigentlich recht, dass sowas auch vom Verbraucher gewünscht wird. Die Resonanz, Sie haben es angesprochen, wir sind ja hier im Messezelt. Das ist so der zentrale Punkt. Es gibt aber noch ein Außengelände, ziemlich weitläufig. Auch da selbst ist es also sehr, sehr gut. Und der Besucherantrag, der gibt uns eigentlich recht, dass sowas auch kommt. Erstmal von den Ausstellern her. Wir hatten 50 Aussteller kalkuliert. Wir sind jetzt bei 110. 60 davon befinden sich hier im Zelt. Die anderen sind verteilt im Außenbereich bei den anschließenden Firmen, die die Messe mitgestalten, sind dort untergebracht. Von daher ist das, so denken wir, eine super Geschichte geworden. Die Messe ist ja immer auch eine Kontaktbörse. Haben Sie den Eindruck, dass dieses Prinzip hier auch funktioniert und greift? Ja, unbedingt. Einmal der Kontakt vom Verbraucher zum Hersteller oder vom Händler und zum anderen, aber auch der Kontakt von den Ausstellern untereinander. Da legen wir also auch sehr großen Wert drauf. Da weiß oftmals nicht der eine, was der andere macht. Und diese Kontakte werden hier auch geblügt. Also das ist ideal für alle Beteiligten. Wir wollen mal in die Zukunft blicken, können da ja natürlich erstmal nur spekulieren, aber ich denke mir, dass die Messe eine Fortsetzung erfahren wird. Ja, den Auftrag hat man uns quasi schon mitgegeben, gestern eigentlich schon, dass man gesagt hat, Leute, das müsst ihr wieder machen, das ist so toll. Welchem Abstand, wissen wir noch nicht. Ich gehe mal davon aus, vielleicht in zwei Jahren wieder. Und wenn, dann aber auch wieder am gleichen Ort, weil das ist klasse hier. Dann darf ich mich bedanken und wünsche Ihnen toi, toi, toi für die Wünschtwerden. Die Resonanz, Sie haben es angesprochen, wir sind ja hier im... Vielen Dank.